Hallo an alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Ich werde auf Tour gehen. Und zwar könnt ihr dafür super toll abstimmen, indem ihr einfach auf stagelinks.com slash lina geht und dann für eure Tour vote... Das ignorieren wir. Für eure Stadt vote. Und dann komme ich da hin. Ich weiß, wo euer Auto steht.